Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Mein Name ist Dominik Kettner von Kettner Alien Metalle. Ich möchte Ihnen heute einfach mal nahelegen, welche Bestellservices wir bieten für Kunden, die beispielsweise aus technischen Gründen oder welchen Gründen auch immer, nicht im Onlineshop bestellen wollen oder sich sogar Sorgen machen, Ware zu bestellen und diese sich zusenden zu lassen. Grundsätzlich ist es so, wir hatten vor wenigen Stunden einen ganz netten Anrufer, einen älteren Herren, der uns darum gebeten hatte, dass wir ihm dabei helfen, online zu bestellen bzw. er wollte Ware von uns haben, aber er war sich nicht sicher, wie er das im Onlineshop machen muss und wollte auch nicht wirklich ein Kundenkonto anlegen und wollte erst recht nicht irgendwelche E-Mails bekommen, weil er kein E-Mail-Programm hat. Vielleicht geht es Ihnen da draußen ja auch so und Sie haben genau diese Hemmschwelle und trauen sich deswegen vielleicht kein Gold oder kein Silber zu kaufen, weil zu der Hausbank möchte man ja in der Regel nicht. Das Problem ist uns bekannt und letzten Endes ist vielleicht auch oftmals das Vertrauen in die Bank schon längst verloren gegangen. Und ja, also ich kann Ihnen ganz gerne anbieten, jeder, der bei uns Edelmetalle kaufen möchte, darf den Telefonhörer in die Hand nehmen oder darf uns auch um Rückruftermin bitten. Wir beraten Sie wirklich ausführlich und wir nehmen auch die Bestellung telefonisch entgegen. Wir schicken Ihnen einen Fax oder wir schicken Ihnen auch einen Brief mit einer Auftragsbestätigung, damit Sie auch die Möglichkeit haben, eine Überweisung auszuführen. Und das ist so, wenn Sie bei uns Ware telefonisch bestellen und wir Ihnen beispielsweise auf dem Postweg eine Rechnung zusenden, dann ist Nacherhalt der Rechnung des Zahlungsziel 3 Werktage. Das heißt, Sie müssen dann sofort mit der Auftragsbestätigung zu Ihrer Hausbank und die Überweisung ausführen. Wenn das Geld bei uns eingegangen ist, schicken wir dann die Ware voll versichert auf unser Versandrisiko per UPS an Sie. Die Deutsche Post hat in den letzten Monaten immer höhere Schadenquoten erreicht bei Edelmetallversendern und weigert sich mittlerweile auch rigoros, Edelmetalle zu versenden. Natürlich geben wir nicht an, was wir versenden, sonst wäre ja dem Postboden bekannt, was er Ihnen liefert. Aber deswegen haben wir UPS rausgesucht. UPS ist Service-Weltmeister und sind in der Qualität einzigartig. Das heißt, Ihnen wird die Ware nach Hause geliefert und wenn Sie nicht da sind, kommen die am nächsten Tag nochmal bis zu fünf Zustellversuchen. Und wenn Sie dann immer noch nicht da sind und auch die Kärtchen in dem Briefkasten nicht gefunden haben, dann wird das Paket bei einem UPS-Stützpunkt hinterlegt. Und Sie dürfen es dann dort mit dem Kärtchen im Briefkasten und einer Ausweisvorlage abholen. Und ich sage mal, auf dem Weg ist es wirklich jedem möglich, selbst demjenigen, der sagt, ich habe nur ein Telefon und sonst nichts, Edelmetalle zu kaufen. Denn wir beraten Sie umfangreich, wir nehmen Sie hier an die Hand und wir erklären Ihnen jeden Schritt. Und auf dem Weg sind Sie selbst telefonisch in der Lage, Edelmetalle zu kaufen, ohne dass Sie zu Ihrer Hausbank gehen müssen oder zu irgendeinem Laden, dem Sie vielleicht gar kein Vertrauen schenken möchten oder wollen oder warum auch immer. In dem Sinne hoffe ich, dass ich auch denjenigen, die technisch nicht so versiert sind und auf ihn sind, jetzt eine Chance gegeben zu haben, dass Sie telefonisch sich beraten lassen können oder auch eine Bestellung ausführen können. Gerade weil dieses Thema jeden Tag immer wieder hochkocht und viele einfach technisch nicht versiert genug sind oder es nicht möchten und dann auf dem Weg so jetzt in Zukunft auch Edelmetalle bestellen können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sie dürfen mich, Dominik Kettner oder auch mein Vater, einfach den Namen dazu sagen, gerne anrufen unter unserer Hotline, die wird hier eingeblendet, und unsere Beratungs- und Bestellhotline. Und wir werden dann dafür sorgen, dass Sie in Zukunft auch glücklicher Edelmetallbesitzer sind. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und vielen Dank für Ihr Vertrauen. Bis bald. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.